What's up Ladies and Gentlemen und herzlich Willkommen hier zu einem erneuten Black Ops 4 News Video auf meinem Kanal. Ja neues Update, neues Glück Freunde, das neue Update 1.09 ist endlich da, lange haben wir darauf gewartet. Und heute werde ich euch alle wichtigen Details, alle Patch Notes dazu erklären, erzählen was das Update gemacht hat. Und natürlich werde ich am Ende des Videos wieder ein paar Leute grüßen, die unter das letzte Video Grüß mich geschrieben haben. Deswegen bleibt am besten bis am Ende dran, denn dann verpasst ihr gar nichts. Ihr könnt mir gerne schon mal ein Like da lassen, falls ihr immer die neuesten Updates so schnell wie möglich sehen wollt. Und natürlich die Glocke aktivieren, ganz wichtig Freunde, denn dann verpasst ihr beim nächsten Mal auch gar nichts mehr, wenn hier ein neues Video erscheint. Als allererstes kann ich schon mal sagen, dass in diesem Update natürlich auch das Operation Absolute Zero Event dabei ist. Darüber habe ich aber schon ein Video gemacht, deswegen checkt das gerne mal aus, denn diese Patch Notes waren schon vorher bekannt. Heute gehe ich wirklich nur auf die Patch Notes ein, die das neue Update 1.09 jetzt gebracht hat. Das heißt Veränderungen am Multiplayer, am Blackout Modus und so weiter. Denn es wurden ein paar Sachen verändert, ein paar Waffen gebufft und genervt, unter anderem auch die Titan Freunde. Deswegen bleibt gespannt. Nochmal kurz zum Operation Absolute Zero Event, natürlich haben wir zwei neue Waffen bekommen, beziehungsweise drei neue Waffen. Hijacked ist dabei und der neue Spezialist namens Zero. Aber wie gesagt, darüber habe ich schon ein Video gemacht, deswegen hier nochmal kurz die Anmerkung, was dieses Update gebracht hat. Also kommen wir direkt zum wichtigsten Punkt und zwar dem Multiplayer Modus. Was wurde am Multiplayer Modus geändert? Ihr kennt ja sicherlich alle schon das E-Kia-System. Das heißt, das Scoreboard in Black Ops 4 funktioniert ja nicht mehr nach Kills, sondern nach E-Kia. Das heißt, wenn wir jemanden anhitten und er von einem anderen Teammate gefinished wird, dann bekommen wir trotzdem einen Punkt, beziehungsweise einen Kill aufgeschrieben. Und das Ganze wurde jetzt noch erweitert. Und zwar bekommen wir jetzt auch einen E-Kia-Kill, beziehungsweise einen E-Kia-Punkt, obwohl wir gestorben sind, bevor unser Gegner, den wir angehittet haben, gestorben ist. Das heißt beispielsweise, ihr schießt jetzt jemanden an, der tötet euch aber. Und nachdem ihr schon gestorben seid, wird der Gegner, den ihr angehittet habt, getötet von einem Teammate innerhalb von 5 Sekunden ungefähr oder so. Und dann bekommt ihr trotzdem noch auf euer Scoreboard einen Punkt dazugerechnet. Ich hoffe, ich habe das Ganze jetzt richtig verstanden, habe es euch richtig erklärt. Falls da irgendwas nicht stimmt, werde ich das nochmal in die Kommentare schreiben. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, wird es wirklich sehr, sehr schwer werden, auf dem Scoreboard jemals wieder negativ zu gehen, weil man ja irgendwie unendlich viele Kills aufgeschrieben bekommt, beziehungsweise unendlich viele E-Kia. Man kann jetzt sogar sterben und respawnen und bekommt trotzdem noch den E-Kia. Also ich denke mal, ich habe das jetzt richtig verstanden, aber das ist jetzt nur so ohne Gewehrfreunde. Falls sich da was ändert oder ich irgendwas übersehen habe, schreibe ich das natürlich in die Kommentare rein. Dann kommen wir direkt zu den Spezialisten, denn dort wurde auch etwas verändert. Der Prophet wurde nämlich genervt. Das heißt, er hat jetzt nicht mehr 14 Munition, sondern nur noch 10 in seinem Tempest natürlich. Und die Genauigkeit vom Tempest wurde auch ein bisschen verändert. Ich denke mal, sie wurde ein bisschen runtergesetzt. Ich finde es extrem witzig, dass gerade der Prophet genervt worden ist, obwohl es so viele Spezialisten gibt, die viel O-Pair sind als der. Also naja, was soll man dazu sagen? Firebreak wurde schon wieder gebuft, Freunde. Denn der Flammenwerfer connectet jetzt besser mit den Gegnern. Und auch die Serif wurde gebuft. Ihr bekommt nämlich jetzt den Annihilator schneller. Ihr seht schon, wenn es um Spezialisten geht, dann lässt Dreyarch überhaupt nicht mit sich reden. Es ist immer noch so, dass viele, viele Spezialisten zu overpowered sind. Und wenn Spezialisten verändert werden, werden sie gebuft. Ihr seht es. Da kann man nicht mehr viel zu sagen. Also ich denke, es wird nie etwas Ordentliches an den Spezialisten verändert werden. Ich glaube, da werden wir lange, lange warten müssen. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt sind natürlich die Waffen. Zum einen haben wir einen Buff für alle Nahkampfwaffen. Das heißt für die Messer. Oder auch die Operator-Mods, die halt im Nahkampf fungieren. Zum Beispiel dieses komische Stiletto-Knife-Operator-Mod. Ich weiß jetzt nicht genau, auf welcher Waffe das ist. Auf jeden Fall connecten die jetzt auch besser mit den Gegnern. Beziehungsweise haben eine bessere Reichweite. Ich denke mal, das heißt, dass man, wenn man jetzt vor dem Gegner steht und wirklich im Gegner drin steht und messert, dass man dann nicht mehr vorbeimessert, weil das habe ich echt sehr, sehr oft gehabt. Ist natürlich sehr, sehr nervig. Vor allem im Waffenspiel ist mir das immer wieder aufgefallen. Das müsste jetzt auf jeden Fall gefixt sein. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem wichtigsten Punkt für euch alle, Freunde. Ich weiß es ja, die Titan. Was ist mit der Waffe Titan passiert? Ist sie gebuft worden? Ist sie generft worden? Ist sie endlich so generft worden, wie wir es wollen? Ich kann euch schon mal beruhigen. Die Titan wurde wirklich generft. Und zwar wurde der Rückstoß erhöht. Bruder muss los. Freunde, das ist wirklich einfach nur noch zum Lachen. Es wurde einfach nur der Rückstoß erhöht bei der Titan. Wie lange dauert es, bis endlich der Schaden von der Titan verringert wird? Es ist einfach unglaublich. Ich bin mir jetzt schon wieder sicher, dass die Titan immer noch auch nach diesem Update die beste Waffe im Spiel ist. Gute Spieler, beziehungsweise mäßige Spieler, die einfach den Rückstoß im Griff haben, werden mit der Waffe immer noch absolut rasieren können, weil sie einfach extremen Schaden macht. Den meisten Schaden von allen Waffen im Spiel. Aber, aber es ist, es ist, es wird nicht geändert. Es ist einfach so. Es ist so. Dann noch eine erfreuliche Nachricht, denn Nuketown ist endlich zu den eigenen Spielen hinzugefügt worden. Außerdem auch das Waffenspiel und der Geleitschutz. Ihr könnt jetzt also endlich eure Freunde zu einem 1 gegen 1 auf Nuketown herausfordern. Endlich. Dann auch eine krasse Änderung bei den Tarnungen und zwar bei den reaktiven Tarnungen. Vorher war es ja so, dass wenn ihr zum Beispiel mit der Dark Matter Tarnung oder mit der Diamant Tarnung 5 Kills in Folge gemacht habt, ohne zu sterben, hat sich die Waffe verändert. Und wenn ihr dann nochmal 5 Kills gemacht habt, hat sich die Waffe nochmal verändert. Und das ging ja nur, ohne dass ihr gestorben seid. Jetzt ist das Ganze verändert worden und zwar bleibt das jetzt auch, obwohl ihr sterbt. Das heißt, wenn ihr einmal 5 Kills macht und die nächste Farbe einer Tarnung erreicht, dann bleibt die auch bis zum Ende vom Spiel. Diese Änderung finde ich eigentlich persönlich ganz gut, denn seien wir mal ehrlich, nur die wenigsten, allerwenigsten der Spieler erreichen wirklich mit einer reaktiven Tarnung eine Nuklear. Das heißt, die meisten der Spieler werden ihre reaktiven Tarnungen überhaupt nicht richtig nutzen können. Sie sehen immer nur die erste Farbe oder vielleicht mal die zweite. Jetzt hat auf jeden Fall jeder die Chance bis zum Ende, also bis zu den 30 Kills zu kommen und zu sehen, wie sich seine Waffe verändert. Klar werden die richtig guten Spieler sich darüber ärgern, weil es so, ja, wieder so ein Prestige-Objekt war. Das kann nicht jeder erreichen. Aber ich denke mal, so ist es wirklich besser für jeden. Das waren auch schon die Änderungen vom Multiplayer-Modus. Natürlich wurden wieder ein paar Bugs gefixt. Die Scorestreaks müssen jetzt auch besser funktionieren. Es dürften ein paar Bugs weniger da sein. Aber jetzt gehen wir mal rüber zum Blackout-Modus, denn dort wurde wie immer natürlich viel mehr verändert als im Multiplayer-Modus. Als allererstes kommen wir mal zu Audio im Blackout-Modus, denn dort wurde extrem viel verbessert. Das heißt, die Audio ist jetzt insgesamt viel, viel cleaner, viel, viel besser. Ihr hört jetzt die Fußstapfen der feindlichen Gegner viel besser. Die Distanz, in der ihr die Fußstapfen von feindlichen Gegnern hört, wurde auch angepasst, sollte jetzt perfekt sein. Und unnötige Nebengeräusche, die das Ganze irgendwie unterbinden könnten, sind auch weg, beziehungsweise sind ein bisschen runtergeschraubt worden. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich mit einem guten Headset-Blackout spielt, solltet ihr keine Probleme mehr haben, zu erraten, aus welcher Richtung euer Gegner kommt, wie weit er entfernt ist und so weiter und so fort. Sehr, sehr gute Änderung, finde ich. Dann wurde extrem viel bei den Rüstungen verändert. Das heißt, diese Körperrüstungen, die ihr aufsammeln könnt, mit der ihr einfach mehr Schüsse aushaltet. Sehr, sehr wichtiges Objekt im Blackout-Modus, ohne die man eigentlich schon von vornherein verloren hat, wenn man sich nicht findet. Auf jeden Fall sollen jetzt Spieler, die mehr sich engagieren, mehr in den Zweikampf gehen mit anderen Spielern, belohnt werden dafür. Denn vorher war es so, dass wenn die Rüstung angeschossen wird, dass sie irgendwann beschädigt wird, irgendwann kaputt geht. Und wenn man dann im End-Battle nur noch ein, zwei Gegner hat und die anderen haben eine Rüstung, die haben sich die ganze Zeit im Haus verkämmt, ihr habt das nicht getan, dann seid ihr extrem im Nachteil. Das sollte jetzt verbessert sein, beziehungsweise ausgemerzt sein. Denn ihr könnt jetzt eure kaputten Rüstungen reparieren mit Rüstungsteilen von euren Gegnern, die ihr gekillt habt. Und außerdem ist auch die Anzahl dieser Rüstungen in der Welt, also auf der Blackout-Map, reduziert worden. Das heißt, ihr findet sie jetzt eher in den Loot-Kisten eurer Gegner, die ihr besiegt habt, aber nicht mehr so sehr auf dem Boden allgemein. Und außerdem wurde auch die Langlebigkeit dieser Rüstungen verbessert, beziehungsweise erhöht. Was aber nicht verändert worden ist, ist die Standhaftigkeit der Rüstung. Das heißt, sie hält immer noch genauso viel aus wie vorher. Das heißt, ihr bekommt jetzt nicht weniger Schaden dadurch. Insgesamt wurde auch das Aussehen der Map ein bisschen verändert. Es wurde ein bisschen der Wintersaison angepasst. Wir haben jetzt winterliches Licht, winterliche Umgebung. Alles sieht ein bisschen winterlicher aus, weihnachtlicher, Freunde. Außerdem wurden auch verschiedene Map-Parts. Ein paar neue Gebäude hinzugefügt, ein paar neue Garagen. Unter anderem zum Beispiel in Nuketown sind jetzt mehrere Garagen offen. Oder auf dem Abschnitt Hydro Dam gibt es jetzt zum Beispiel auch Aufzüge, die ihr benutzen könnt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch nochmal detailgetreu nachlesen. Ich habe euch den Link von den Patch-Notes natürlich unten in die Beschreibung reingesetzt. Dann wurde auch im Blackout-Modus ein bisschen etwas an den Waffen verändert. Und zwar macht die SDM jetzt weniger Damage, benötigt eine längere Zeit, um ins Visier reinzukommen und hat einen höheren Rückstoß. Und auch die Spitfire macht weniger Damage und hat einen höheren Rückstoß. Ja, Freunde, ihr seht schon, ein riesiges Update haben wir hier bekommen. Es waren auch wirklich wieder 15 GB zusätzlich zu den letzten 15 GB, die wir schon letzte Woche runtergeladen haben. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze so anfühlt. Ich muss die Titan selbst nochmal testen, um wirklich zu sehen, ob sie vielleicht, vielleicht ein bisschen schlechter geworden ist, was ich wirklich bezweifle. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Update so haltet. Was hättet ihr euch gewünscht, was ihr nicht bekommen habt? Ich sage nur Orbitalsatellit. Gebt dem Video gerne ein Like, falls ich diese Videos immer raushauen soll. Das heißt, neue Update-Videos, neue News mache ich auf jeden Fall gerne. Und vergesst nicht deswegen, die Glocke zu aktivieren und den Kanal zu abonnieren, damit ihr das gar nicht mehr verpasst und sofort eine Benachrichtung bekommt, wenn hier ein neues Video rauskommt. Sei es ein Update, sei es ein Glitch oder eine Waffentarnung, Freunde. Jetzt werde ich noch ein paar Leute grüßen, die unter das letzte Video Grüß mich geschrieben haben. Falls du jetzt nicht dabei sein solltest, sei nicht traurig. Schreib einfach in die Kommentare Grüß mich und ich werde dich versuchen, in dem nächsten Video zu grüßen. Als erstes grüße ich Gaming Raya. Dann gehen Grüße raus an Ghost Boss. Außerdem grüße ich Nero Tilly. Ich grüße außerdem Handyverbot, Tanzverbot seinem Bruder. Und Grüße gehen mal wieder raus an DisIsTrackZ. Also Freunde, wenn ihr das nächste Mal auch dabei sein wollt, schreibt einfach in die Kommentare Grüß mich. Das wäre es dann aber auch wirklich wieder gewesen von dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, liked, abonniert, Glocke aktivieren. Und dann sage ich mal hasta la vista, meine Freunde. Und bis zum nächsten Part.